Oh, wenn die Mailgänge ist, Brain. Ach ja, falls ihr euch jetzt wundert, weswegen die Leute wieder so ganz normal aussehen. So voll, voll langweilig dazu. Ja, Herz haben wir ja auch wieder weniger. Mir war das zu dumm, umzustellen und zu schlafen. So, haben wir hier unsere Wunscher? Ich habe immer einen Superstein. Ja, ich kann nicht. Ich bin hier wohl. Hier ist Gelb. Wofür brauchen wir hier Geld? Ja, mit Gelb-Sack können wir aufbrenzen, sag mal. Haben wir Geld mit? Ich habe Geld mit. Komm mal. Lass doch raus! Da oben stehen wir zurück. Irgendwo hier ist noch ein Becken. Becken, 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 Becken. und er hat ja auch ein körper ein becken hoffentlich wenn ich dann ist schlecht wo ist das becken da haben wir ein becken aber das haben wir schon gefüllt also ein auto fehlt noch hier und ein paar personen eine sache für sich natürlich war auch noch dieses level in dieser session wann diese session anfängt und wann sie auch mit ihr wisst es wenn ihr es nicht wisst ich soll gerne noch mal erklären also die sessions beginnen eigentlich grundsätzlich ja nach einem einkaufsteil oder an der polizei station je nachdem ja jetzt jetzt eben in dem falle war das ja gespielt wir können normalerweise so dass die session da anfängt sie auch die kommentare eingehen kann die eingehen aber da sind das irgendwie nicht tun ja auch relativ egal dann kann ich ja relativ viel vor aufnehmen da kann ich mir relativ viel vor aufnehmen das schöne ist dass ich das hier alles schon vorgezeichnet habe eigentlich haben wir irgendwie jetzt anfang januar ich denke euch jetzt schon deswegen ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr welchen teilwert haben oder es kann jetzt sein dass wir jetzt bei 160 sind kann auch sein dass wir jetzt bei 150 sind hier oben also hier einfach nur zum hochgehen und sagen so ab jetzt bist du hoch gegangen dann lass da 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 ich muss auch mal sein da 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 Kein Becken Oder bin ich jetzt einfach zu blind? Zu blind dafür für ein Becken Bestimmt, hier bin ich schon dreimal vorbeigelaufen Äh, apropos bin ich schon dreimal vorbeigelaufen Ja, haben wir Da fehlt uns lediglich das Feuer Die Katze? Die Katze fehlt hier? Wir haben die Katze hier schon eingesammelt Ist da ein Becken? Das sah so kurz dabei aus Gut, dann suchen wir das Becken in den nächsten Teil, würde ich sagen Ich weiß es nicht, wo es ist Vielleicht kommt es auch zufällig gleich so Zack, da bin ich Becken Hier ist ein Becken Das ist ja voll schon Jetzt hat er mir die angezeigt Er hat gesagt, so People, da ist Becken Becken ist nicht So, hier waren wir schon mal Hier haben wir das Den Baum aufgemacht So, das heißt jetzt also Was suchen wir jetzt überhaupt noch? Wir suchen hier noch Das Feuer, die Presslufthammer, Bohrung und den Riebstahl Aber Aber Wo könnten die Sachen nicht befinden? Wir sind eigentlich bei Bei Schwarm waren Wir sind Wir sind Ja Mit dem Becken könnte man Wann Ja Wann Ich glaube, ich kriege die Ausgrenzen Danke Also so eine Katze Ja, so eine Katze kann hier überall sein, die macht miau, die macht ganz laut miau, die schreit hier die ganze Zeit um, weil die Angst hat, aber warum springt er auch auf den Baum, wenn er stecken die Katze. So, das Level mit den beiden Eigens, wenn ich hier hochgehe, bricht das mir nichts, weil das ist ein anderes Spiel, weil hier ist schon wieder Grenze. So, auf den Dächern da oben warten wir schon. Da ist doch der Gemübungspark, wir sind in der Basis schon. Vielleicht ist doch auf den Dächern irgendwas, aber... Nicht lang reden, machen, 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 machen. Okay. Gangster-Pio. Ja, oder das Gangster-Pio und dann bleibt das Spiel wieder stehen. Mh, wir können auch sein. Können wir auch sein. Da war ich mal da oben, da oben waren wir noch nicht, da oben. Obwohl doch, waren wir schon, aber vielleicht waren wir nicht mehr. Nein, 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 nein. Entscheide dich doch mal. Nicht so, nicht so hier und da und, und auf dem und dann und wann und dem und... Nein. Nein, hier ist der Grill. Zack, Null gelöscht. Danke. Null gelöscht. Oh, das war der letzte. 17 von 17. Freigeschaltet. So, alle Grills gelöscht. Haben wir auch gemacht. Freulich. Noch eine Aufgabe erledigt. Du bist heute in Top 4, Chase. Yeah. Obwohl eigentlich nicht, yeah. Okay, also das heißt, Grills haben wir hier in diesem Spiel überhaupt gar keine mehr. Alien. So, und jetzt bitte zähl. So, wo ist es eigentlich? So, und jetzt zähle bitte. Zähle, zähle, zähle. Und nicht stehen bleiben. So. Danke. Ich bin jetzt nicht geschnappt. 16 von... Nein. 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 Das... Das edit, was ich wohin geschnappt habe, war das... Nein. Nein. Echt jetzt? Nein. Nein. Das könnte mir jetzt nicht... Das könnte mir nicht... Das könnte mir nicht... Das könnte mir nicht antun. Nein. Echt jetzt? Nein. 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 Mal. Das gibt es doch gar nicht. Das letzte, ey, na... Okay... Also... das habe ich auch gar nicht gesehen. Das heißt also hier waren wir auch gar nicht. Das heißt hier können doch noch alles mögliche sein. Hier können doch noch die Kasse sein. Ja, da hinten ist noch was. Ey. Ich dachte hier oben waren wir schon. Crazy, crazy. Hier ist noch eine Person. Mit Delgar da rein. Und... Freigeschaltet. Klatsch. Ja, das geht und klatscht. Die haben wir gleich auch noch. Wir wollen gleich kommen. Reflinte. Aber auch interessant ist die... Die hier... Unglaublich. So. So. Das hat aber immer noch nichts mit der Katze zu tun. Ähm. Das hat auch nicht mit dem Weg zu tun, den ich gerne hier einschlagen wollte. Vielleicht deswegen... Vielleicht deswegen habe ich das jetzt vielleicht auch nicht schon gehabt. Ähm. Ja, fallen wir mal wieder auf. Äh, also... Wo war das, wo wir die Katze gemacht haben? Wo war das, wo wir die Katze gemacht haben? Wo war das? Äh, also... Hä? 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 Wir sind Farben. Hier können wir die Farben wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ähm. Ähm. Im Sinne haben wir die Farben, ja. So. Und dort rüber. Ähm. Ja, Natalia. Ah, jetzt weiß ich nicht. Verdeckte Natalia. Dann haben wir... Dann haben wir diese Flucht links da. Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass hier denn... Dass hier doch dann da ist. So was... Katze oder sonst was. Ich dachte hier gerade... Ich bin zufrieden. Dann gehen wir mal nach. Wenn es hier doch so was wie eine Katze ist... Dann ist ja ein Teleporter haben wir ja auch. Das ist alles vertreten. Was wir haben wollen. Teleport, danke. Teleport bringt hier uns da rein. Das ist noch schöner. Wenn wir den Superstein auch wollen, dann kann niemand sagen... Hä? 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 Ich bin hier auch keine Katze. Oh. Aber es muss ja auch nicht zwingend sein, dass hier die Katze ist, ne? Das kann ja auch nicht sein. Was ist denn hier raus? Was? Oh ja, ich hab' nicht gewohlt. Schick. Die hätten wir auch... Ich hab' eigentlich geversuchen können. Sehr schön. Ja. 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 Katze, 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 Katze. Jawohl, Katze, Katze, Katze. Sehr schön, Katze, Katze. Sorry. Katze, 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 Katze. Und ich hab' nicht gewohlt. Ja, ich hab' nicht gewohlt. Ich hab' nicht gewohlt. Ich hab' nicht gewohnt. Nein, der ist ja sehr zufälligerweise zu ahmen, der ist ja sehr zufälligerweise. Ich erwischt das. Ich bin bis jetzt immer noch dran. Das sein kann, dass der einfach so ist. Normalerweise werden wir ja blind vor allem mit dem Kram, wenn ich mir keinen zufälligen Treffer verbrille. Aber der Schicksal hat ein bisschen Erbarmung gehabt, oder? Oder der Schicksal hat überlegt, ja, der ärgerlich stimmt. Jetzt komm ich, jetzt hast du erstmal deinen kleinen Vorteil. Wenn du denkst, dass du der Beste bist. Der Gag ist aber voll, voll, irgendwie der Pro-Gamer und so. Hier oben ist auch das nächste. Das ist gleich nicht wahr. Ne? Ah, das muss ich schon sagen. Powerbogen abgeschossen, 16.17. Und mit dem nächsten. Es fehlen jetzt noch zwei Personen. Ein Auto. Und wir haben die Kaffee-Pause nicht. Okay, das wundert mich jetzt doch auch. Wir haben die Kaffee-Pause nicht gemacht. Wir waren noch auf dem Beut und haben die Hand und das Ding. Ich kann es auch so vergessen. Entschuldigung. Aber hier ist der Gangster. Hier ist der Gangster. Danke. Das ist ein Notfall. Das ist ein Notfall. Das wird nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wo der... Ach, der hilft mir da. Stimmt. Ja. Das wird nichts mehr. Aber trotzdem. Versuchen wir mal. Ab Sacramento ist ein Notfall. Ich bin das nicht mehr als ein Notfall. Ach, der ist doch auch nicht mehr als ein Notfall. Aber ich finde das nicht mehr als ein Notfall. Ich möchte so einen Notfall überführen. Aber ich habe immer noch eine Only-Obs-Land. Das ist doch nicht mehr als ein Notfall. Also einen Notfall überführen. Also ein Notfall überführen. Ich glaube, wenn es so ein Notfall fällt, und wir haben das nicht mehr als ein Notfall überführen. Bostfall von der Gangster. Da ist er! Nein! Ist er versteckt? Oh! Flughafen, ne? Aufgeben ist ja kein Begriff, oder? Komm schon! Und denk fest! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Echt nicht! Wirklich! Krass! Wir haben das Ding noch gekriegt! Fahrzeugdiebe! 11 von... 11! Nein! Was haben wir mit? Ja! 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 1 von dir! Nein! Rot und rosa! Hä? Kann man mal anders machen! Ja! Das ist ein Notfall! Können wir wandern? Das machen! Oh! Ja! Schiff! 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 Shit! Schiff! Ich komm später noch mal und gib ihnen die Versicherungsdaten! Du kannst auf jeden Fall 한번 fliegeln! Dann müssen wir's hier durchbauen! Ein kleiner Pack-Couren! Ein kleiner Pack-Couren! Ein kleiner Pack-Couren! Pack-Pack-Couren! 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 Ein kleiner Pack-Couren! Aber guck! Wir gehen weg! Ja, klar! Aus der Welt! Hier fährt ein Irrer! Hier fährt doch ein Irrer mit seinem Bracho! Achso! So, dann fahren wir hier wieder mit dem Park zurück. Saugummi, weiß ich auch nicht. Ah, der ist auch gut, oder? Na schade, ich will keinen drüber. Ich will keinen drüber. So. T-Kessel. Wir haben auch ne Klappenpause schon gemacht. Au, warte. So. So. Huch. So, dann sind wir jetzt auch gleich wieder. Hier, sehr schön. Jetzt sind wir wieder da. Also Autos haben wir jetzt. Also wir können uns noch zwei Personen. Damit wir einmal hier anwenden können. Das ist einmal durch ne Kaffeepause und einmal... Irgendwie anders. Ah, Backhand, 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 Backhand. Deswegen. Einmal wegen dem Becken. Und einmal wegen... Na, denen geht's sicher gut. Ja, bitte. Ähm, einmal wegen dem Becken und einmal... die Kaffeepause. So, ich möchte jetzt wieder... Ich möchte den Parkour jetzt gehen. Polizeiangelegenheit. Äh, genau. Böck ist ja alles stehen. Ja, muss dran vorbei. So. Ähm. Ja. Einmal Becken und einmal das andere. So. Genau. Wir waren jetzt ja gerade da lang. Und dann... Ey, es muss auf dem Weg sein. Irgendwas hab ich da verpasst. Weil da war ja alles jetzt auf dem Weg bislang. Es war alles auf dem Weg. So. Wahrscheinlich ist hier auch Lego City. Das wollte ich auch noch ankündigen. Lego City. Äh, das... Erstmal... Also danach nach Lego City wird es wahrscheinlich kein nächstes Projekt jetzt erst vergeben. Äh, der Grund ist einfach der... Ich bin ja jetzt meine Prüfung bald. Meine Hälfte... Und da wollte ich mich eigentlich relativ großflächig drauf vorbereiten. Dementsprechend wird dann noch tiefer ein bisschen laufen. Ich bin bis April oder so. Na, da ist die KV nicht gekriegt. Äh, bis April drauf vorbereiten. Also äh, ab April. Und dann... Prüfung ist im Mai. An meinem Geburtstag. Es ist echt Wahnsinn, oder? An... An Geburtstag auch Prüfung zu haben. Das ist richtig kacke. Ähm... Kaffeepause beendet. 19 und 20. Äh... Und dementsprechend wird es dann wahrscheinlich FIFA noch ein paar... paar Wochen geben. Na, absolut. Ich würde auch wahrscheinlich noch kaum lang. Und danach... Äh... Ja, wird erst im Juni wieder weitergehen. Ja, eine kleine Pause. Bundesliga-Tips wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Das... Äh... Das steht außer Frage. Bundesliga-Tips wird es dann einfach noch weitergehen. Ähm... Auch bis Ende der Saison. Ne? Auch wenn Mai, Prüfung und sonst was da wegbringen. Bundesliga-Tips. Ne? Aber ich kann halt nicht so... Meine Tipps so... Äh... Falls welche Fragen sind... Per Mail. Ne? Kann ich... Kann ich nicht beantworten. Ne? Dass ihr den Grund weiß... Wo wir von Vorbereitung machen. Äh... Ich lade sie hoch und alles ist gut. Aber... Ne? Mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Mehr ist nicht. So... Äh... Warum gucke ich jetzt hier eigentlich rum? Warte mal. Zwei Personen fehlen. Ja. Einmal durchs Becken. Einmal durchs Becken. Und einmal durch... Was weiß ich. Oder... Irgendwo hier rumliegt. Aber hier waren wir schon. Nur gut. Keine Ahnung, wo die andere Person ist. Könnte mir nochmal schreiben, wer das Projekt voll und ganz verfolgt hat. Ähm... 13 Personen da war. Und einmal ist das durch ein Becken, was fehlt. Und einmal durch... Was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist halt irgendwas in der Nähe des Beckens. Keine Ahnung. Wirklich nicht. So. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder von dem Glück. Schaltet ein. Ähm... Da habe ich hier eine Aufgabe. Da habe ich die Chance. Schrottplatz. Da hatten wir ja schon letztes Mal Riesenprobleme. Dadurch, dass wir uns Feuer und Fest gefangen haben. Und dadurch alles verloren haben. Gucken wir mal. Wie es denn diesmal wird. Also. Äh... Verkleidung. Geht man jetzt mal Verkleidung fest? Weil wenn schon dann nicht. Wenn schon dann nicht. Ah. Das ist hier wie so eine Verkleidungskabine. Das ist doch schick. Ne. Dann lassen wir alles so wie es ist. Okay. Aber wir gehen mit. Das ist Zeitpunkt. Tschüss.